Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Minecraft I Will Survive auf Kellerkind.org. Ich bin der Emka, da ist der Speedy und der hat eine Überraschung für mich mitgebracht. Folge mir unauffällig, aber bitte auf deinem eigenen Block, weil ansonsten kriegst du Fallschaden und sterbst. Ich könnte ja auch einfach auf deinem Block stehen. Nein, kannst du nicht, dann kann ich nämlich nicht mehr abbauen. Echt jetzt? Nein. Also ja, es geht nicht. Wieder was gelernt. Wo geht's denn hier nur hin, was hast du denn hier gefunden? Au! Oh, cool. Cool, cool, cool. Wenn du mir folgen mögest. Ich bin direkt hinter dir. Das hier ist, wo ich hinterher dann gelandet bin, als ich hier einmal querfeld eingebuddelt habe. Es geht hier noch so ein bisschen Kamikaze mäßig durch die Gegend. Und ja, das eigentliche, was ich dir zeigen wollte, ist das, wo wir eben gerade drin gelandet sind. Das ist der des Minen-Dingsbums. Cool. Cool. Ja, würde ich sagen einfach. Wow, Creeper, Creeper, Creeper! Hier zieht es noch. Oh, ist das cool, ist das cool. Ich hatte jetzt unten, wie ich dir eben gezeigt habe, alles im Prinzip mal leer gemacht. Und als ich das Ding hier gefunden habe, habe ich mir gedacht, da zeige ich dem Kerl übrigens, deine Probleme mit den Schienen sollten sich hier von selbst lösen. Ja, so viele sind es hier, aber es ist jetzt noch nicht. Äh, das Ding ist weit verzweigt. Ich merke das. Wir haben ein Stockwerk unten drunter, wir haben noch ein Stockwerk oben drüber. Na, mal gucken, ob ich einen Schatz finde. Okay, hier ist Ender. Oh, das ist schön. Ich war schon lange nicht mehr in der Minenschaft. Hier geht es regulär runter. Ja. Okay, hier ist aber auch Schicht. Wasser. Hier ist dann aber auch Ender. Ja, manchmal sind die ja auch unterbrochen, da muss man sich immer ein bisschen weiter graben und dann geht das auch noch weiter. Hier hinten geht es beispielsweise hoch zu einem Giftspinnenspawner. Cool. Das lassen wir jetzt einfach mal, weil du bist sowieso schon kurz vorm Verrecken. so. Ach so, ich habe mich doch gerade geheilt. Hm. Tschüss. Hm. legislators. sehr gut vier stück diamonds amk's best friend wo ist mk jetzt schon wieder stockwerk oben drüber das wollte ich auch gerade du musst nicht nah rangehen ja sehr schön ist nämlich das was du gehofft hattest hier noch zweimal weiter geht hier geht es auch weiter ist es auch noch ein gift spenden spawner super aber zu weit auseinander als dass ich ein doppel nein 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 geh weg du nicht kriegen kerze da brot sehr nice ein goldener apfel eisenbarren schiene aktivierung schiene und aktivierung schiene das ist ja nett warum machst du da zu weil ich keinen bock auf die minnespende ich habe es gemerkt hier geht es nicht weiter dann einen stockwerk höher oh 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 hier hinten ist noch ein spinnspanner äh mk magst du die ära haben hä hier hinten ist noch ein spinnspanner glaube ich da der ist auf der perfekten höhe diamants aber aber da geht es da noch weiter ist ja eine schande diese arme lava abzustellen ich habe sie nicht kaputt gemacht ich weiß aber du hast sie abgestellt nein hier geht es nicht weiter aber aber umsonst gestorben so wie gesagt hier hinten ist noch ein spinnspanner glaube ich da ist auf jeden fall einer so viele spinnenweben heißt im normalfall auch das ha 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 oh wie niedlich niedlich ja ja zombie war eingeklemmt ja 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 okay ich habe ihn doch schon getötet okay weil es immer lauter geworden ist das sei fängt an und hört nicht auf auch wenn das monster geht drauf oh ist das riesig hier ähm wuh nein sonst so giftspinnen sind nur einen block hoch das heißt wenn du oben eine lücke lässt können die hochklettern und durchgehen okay mir ging das eigentlich mehr um den creeper und den navi von oben ja aber auch um die spinnen du hast hier sehr viele spawner minecrafts are forever alter ist das hier weitläufig das ist ja eine richtige riesenmine siehst du mal was ich alles ausgraben kann ich musste mir mal gerade den auge reiben wieso baust du denn hier immer die mittelkante ab damit ich wenn ich um die kurve gehe in die ecke schauen kann und dann weiß ich dass ich an der kreuzung schon mal war weil so wenn du um die ecke guckst siehst du ja kein deutsch ob da nicht ein monster gerade um die ecke ist uns ist holz wovon du ja chronisch immer zu wenig hast oder also AU 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 Someone try to kill me Geht doch gar nicht pvp ist nicht an ja du hast aber gerade kies runter riesen lassen pvp ist nicht an Ja, ich krieg aber trotzdem mal alles von deinem Herz zu holen. Alter, was ist denn das hier für ein Kohleflötz? Das ist ja irgendwie... Au, 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 au. Ich kann wohl irgendwie ein Kuppentreffen oder so. Ich muss ja mal anfangen, so schlecht wie die Ressourcen von mir am Spawn sind. Das ist geil hier. Ich glaub, bei der Weltengenerierung hat er sich gedacht... Ganz kann ich sie mir ja nicht nehmen, dann stoppe ich das alles komprimiert hier in die Ecke. Und die ist sogar noch bei dir in der Ecke. Du siehst von hier aus, wenn du oben an der Oberfläche bist, den Monsters vorne. ... ... ... ... ... ... das war ganz doof ich habe eine kiste dabei ich hätte schwer draus wollen aber ich meine wäre eine schlechte folge wenn ich nicht sterben würde ich muss jetzt dringend demnächst mal mein zeug reparieren bau dir doch mit den diamanten direkt was neues ja nee ich würde ja auch mal nackt besiegen warum ist das eigentlich immer nacht wenn ich hier hinkomme kannst du mir das mal sagen nö keine ahnung hab alles aufgesammelt aber mich wieder zu finden wird ein problem vor allen dingen übrigens du bist jetzt gerade weil du nach unten gebuddelt hast in meinen unterirdischen bereich gekommen wo ich hier alles abgebaut habe das gehört nicht mehr zur menschaktation ist nicht natürlich generiert das war ich jetzt muss ich erst mal wieder gucken wie ich hier hochkomme machst du mal die augen zu oder willst du nicht ich kann die augen nicht so machen ich muss hier hochkommen dass hier nicht so dunkel wäre wie hier in einem sagen wir ist schon bewusst dass du so erwart wenn wir aber das schlimme ist ich sehe wirklich gar nichts aber wenn du dem hast machst du auch die difficulty wieder kaputt oder ich weiß nicht gerade gut hat sich erledigt weil das möchte ich ja nicht dass die difficulty kaputt geht ich meine das haben wir uns das hatte erarbeitet so hier sind drei fackeln ganz viele fackeln das ist ja so gut ich komme gar nicht zu dir runter übrigens ich habe keine spitzhacke dabei deswegen sammle ich jetzt gerade alles wertvoll aus der kiste und komme mit einem scheiß hoch weil knochen monster drops und ähnliches braucht kein mensch das sehe ich auch so aber meine stiefel hätte ich gerne wieder ja deine rüstung nehme ich ja vollumfänglich mit aber ich denke ich werde dann jetzt wirklich eine diamant rüstung mal so langsam bauen ich meine ich habe überlegte das mal wir sind jetzt über 50 folgen und ich habe noch keine diamant rüstung bist du stolz auf mich so ein bisschen fackeln und sowas lasse ich hier ja gut wenn kein platz dafür ist dass du wieder ich weiß gar nicht wo du bist und tätig das bin ich dessen bin ich mir auch bewusst aber ich bin hier irgendwo bei einem see der auch wirklich schick aussieht wenn du nach unten fällst am loch schaust du direkt auf mich drauf ich keine ahnung ich weiß nicht wo das loch ist das loch ist neben den drei fackeln ach hier oben hier ist kein loch rechts daneben hier ist kein loch hier ist kein loch und komm dann einfach hoch ich guck mir jetzt mal hier unten den see an siehst du den pfeil ich sehe hier auf alle fälle dass hier irgendwie ein riesen loch ist jetzt habe ich natürlich keine baublöcke mit genommen ähm ich baue leitern du dat ich guck mir jetzt hier mal den see an ist echt schick da hinten könnte ich vielleicht eine kleine hütte hin bauen so niedlich im wald ist echt cool hier die kurz speichere ich mir jetzt mal sehr nice und damit habe ich wieder verraten wann ich die folge hier aufgenommen habe oieieieieiei wirklich schick hier unten ihr könnt mir ja mal vorschläge machen was ich hier ähm passenderweise hin bauen soll ich meine hier kann man ja wirklich einiges machen ah ich habe keine wasserläuferstiefel an schnell wieder ans land ach anstrengend oh weil hier ist schön vor allen dingen hier so mit dem mit diesem übergang zwischen normalwald und äh och gott wie heißt das wenn die stängel ewig sind fichte fichte oder tropen nee hier guck mal ganz kurz bei mir das ist ein fichtenwald fichte sind drei meter hoch warte mal das sind die langen fichten steht das nicht irgendwo in welchem biome ich bin spruce forest spruce forest achso spruce ja ich mag polzern dreck ist toll das ist echt cool ja hier werde ich auf alle fälle was hin bauen wie gesagt schreibt mir doch mal in die kommentare ähm was ich hier schickes machen könnte ich habe vielleicht in so ein in so ein baumhaus oder sowas gedacht ähm macht mir mal macht mir mal ein paar vorschläge das coolste wird umgesetzt fordert mich fordert mich meh was ähm wie weiß ich bin ich jetzt von dir ja ich sehe dich ich komme auf dich zu scheitze aber hier ist echt hübsch hier oder ja ja es fühlt sich an wie eine wiedergeburt dum 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 ich habe irgendwie als hätte ich das heute schon mal gemacht also viel mehr gibt es doch jetzt glaube ich auch nicht aber die feuerzeug hast du nicht mitgenommen nein habe ich nicht das ist jetzt nicht wirklich schwer zu bauen ja ich habe nur so meinen aufbau im inventar oder meh so ähm wie war das was brauche ich jetzt für meinen bogen war das verbrennen oder war das entweder oder wie entweder oder bei irgendwas bei irgendwas war es doch verkehrt äh und da ging es nicht du brauchst äh flamme für bogen nicht verbrennung verbrennung kannst du im normalen Fall sogar gar nicht auf den Bogen drauf machen ok siehste sag ich doch wenn ich das jetzt falsch rumgecraftet hätte hätte ich es umsonst gekraftet au na äh verbrennung paust du aufs schwert ah ok wo bin ich wo bin ich Speedy hat mich hier wieder irgendwo in irgendwelcher ich bin auf dem Berg drauf und versuch dich von oben zu sehen ich laufe um den Berg drum rum weil mir das zu blöd ist da dran hoch zu klettern das könnte erklären warum ich dich nicht sehe ich bin getarnt na ganz um den Berg drum rum wirst du nicht laufen können übrigens schau in den Himmel dann siehst du die Monsterfarm naja ich bin schon da ich bin direkt unter der Monsterfarm was ist denn hier passiert hm du bist der Wächter von der Mauer oder was? wieso? ach das bist gar nicht du alter was hat denn der hier für ne krasse Rüstung an alter wo bist du jetzt? komm komm oh mein Gott ah boah droppst du was? droppst du was? droppst du was? ach natürlich wieder nicht boah echt auf der Mauer? was willst du? wo bist du? ja hier stand gerade ein äh ein Skelett in voller Rüstung ich dachte erst du wärst das und äh und er hat halt so die ganze Zeit in eine Richtung geguckt deswegen hab ich gesagt du bist der Wächter von der Mauer alter ist er krass na das ist die Local Difficulty der hat der hat das hat sogar geschimmert die war sogar verzaubert ja ja die ist verzaubert du hast hier ne Schwierigkeit von krass 2,3 äh 1,3 entschuldigung krass ja 2,13 deswegen sollte man unter einer Monsterfarm vielleicht etwas ausleuchten ja ist doch egal ist doch geil boah aber der hat nichts getroppt der wiese Typ aber das wird geil ausgesehen also es war so komplett bunt bin ich mal auf die Aufnahme gespannt ob man das gut sieht okay wenn man schnell genug ist geht das ja 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 würde ich sagen war es das für heute oder ja haben wir heute doch wieder spannende Abenteuer erlebt ähm ich bin wieder gestorben mehrfach das worauf alle Leute immer warten ich bin ja eigentlich ganz glücklich darüber dass es hier keinen Kill Counter gibt vielleicht führt ja irgendjemand Buch naja gut ähm aber ich würde sagen wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier bei Minecraft I will survive auf Galakind Org habt ne gute Zeit bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Ciao